Contemporary Art is at an end. It will continue parallel with the wider culture. But contemporary art can no longer claim any preeminent cultural status. Ciao! Danke! Ihr denkt, ich mache ein Foto, aber nein, ich mache ein Video. Ankunft in Basel, 12 Uhr, Freitag. Erstmal Style. Erstmal Style. Ah, Boner! Tja, hier haben wir fünf Ethnien, die uns auslachen. Und einen riesen Boner. Einen riesen Boner! So, wir sind hier, wir haben es endlich geschafft. Shalom! Mit Kevin und mit Katze. Hoi! Was ist da Roba? Jetzt war Occi, Occi grep gelöpelt. Mua! Wir surfen jetzt mal durch die Haien. Die Haien sind einfach... Und tschüss! Egal, was du gerade für einen Hype angesagt bist, mal erreichen würde, ist immer noch das wichtigste Medium. Der Klassiker. Ist der Klassiker. Es ist tatsächlich das einzige Medium, an dem es eine Differenz gibt zwischen der wirklichen Welt und der Kunstwelt. Weil mit Öl. Ölbilder oder Ölfarbe benutzt niemand sonst. Im Alltag. Was ist passiert? Da steht so ein Chinese und der ist so ein Verkäufer. Der ist so ein Verkäufer. Wie der Quatsch, ne? Er sagt so, dieses Bild ist noch nicht mal gephotoshoppt. Das ist aber echt spannendes Beispiel mit Hip Hop und Kunst. Ja. Immer mehr Hand in Hand geht. Ja. Und dann... Finally something real. Ja. Finally something real. Ed, kannst du dich bitte zu diesem Bild äußern jetzt? Viel Afrika, wenig Bavaria. Na, was sagst du, hört sie? Boah. Ein Art Collector hat mich gerade angerümpelt. Doch, das ist toll. Oh, das ist super. Die Arbeit ist so... Richtig schön. Also die Arbeit ist stark, tatsächlich. Wie schön, ne? Das ist edel. Das ist wirklich edel. Und das... Das ist doch ein interessantes Objekt. I love it. Nicht begeistert. So ein Karussell der Müsli-Kugeln, die dann halt so in die Milchsuppe flattern. Ich liebe alles, was aus Gold ist. Alles andere war... alles andere war graue Masse, ganz ehrlich. Voll mein Style. Der russische Style auf Kunst ist so Puppen-Gold einfach für uns zu verstellen. Die Arbeit kostet auch nur 80.000 Euro. So, das ist es. Die beste Körner der Basel. Wie wir von den Kunden haben. Und... Ein bisschen teuer. Aber wir brauchen nach Schweiz. Wie viel geiler ist der Ghetto-Blaster in dem gleichen Kristallmaterial, in blau gefärbt. Nur für 30.000. Cosima von Bonin hat was für eine Arbeit gemacht. Dillendork. Und wer ist ein großer Dillendork-Fan? Kevin. Fucker. Daran sieht man, dass zeitgenössische Konstrukte ist. Es kann halt auch alles verwertet werden. Belegungsverform. Ich weiß auch mit den Asiatinnen, ja. Und als er geredet hat, dreht sich so ihre Augen um. Und ich so. Dann hören sie so. Also ich regiere ja die Welt. Ich weiß ja nicht, was mit euch ist. Das Problem ist ja, dann kommen die Frauen nicht mehr aus dem Parkhaus raus. Der Rauschmeißer-Gong. Wir finden nicht raus. Das ist das Problem. Wir werden jetzt hier vom Gong verfolgt. Der Rauschmeißer-Gong. Das ist ein asiatischer Gong. Ja, was hast du erkannt? Lasst uns doch das nicht alles so schwer machen, sondern einfach den Menschen folgen. Die Masse weiß es immer am besten. Das ist so ein bisschen wie ein Alien gerade so. Dieser Alarm, der losgeht. Die Stimme nur noch die neun Minuten. Oh Gott, er kommt immer näher. Er kommt immer näher. Das ist eine Treppe, die runterführt. Ja, wir müssen den Exit finden. Ja, aber wo ist das? Da ist nirgends ein Ausgang eingezeichnet. Das ist so bei Q. Wir kommen nicht raus, ja. Das ist ein Q. Wir kommen nicht raus, ja. Das ist Limbo. Der 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 Limbo. Aufsard. Und Suckers gonna suck. Asians are Asian. Und Pandas will be Pandas. End Credits.